hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge von dem projekt ja heute zusammen mit einem ls profi mit dem bk im sturm mit matthias und mit chris und heute haben wir der ls profi wollte die challenge haklern ich will gar nicht sagen wir haben wir schon mal hintereien wir das ich wurde was so ist da kann man hier kann der reihe der reihe und her wir sind nämlich im weihnachts spezial event extra für weihnachten 24 mussten extra vor ein paar minuten hinsetzen und die scheiße aufbauen und warten bis die anderen heiligsten aber er hat ihn nach oben wir haben das gleiche jungen wofür bau ich mich die mutter Aber immer dieser Kai Sturm, der so lange warten muss und seine Red Bullen holen. Ja komm, lass loslegen, meine Person. So, lass losfahren zur ersten Challenge. Es gibt zwei Challenges extra fürs Event. Und ich fahr schneller als Chrissy Schämen. Was los Kai Sturm? Ach, egal. Wir werden einfach vor mal Eis rennen, weißt du? Tschüss, Mann. Du, vor allem, warum fahren wir nicht vor, wenn wir in den Karten machen? Das Drifted, Alter. Es hätte überhaupt losgefahren. Ja. Ja, fahr natürlich weiter. Geht's denn so lang? Fahr uns einfach hinterher, so'n Ding ist das. Ach, Kai Sturm ist bei mir. Alter, der ist doch einfach leise. Kai Sturm. Ich hab nur die so was geil ist. So, fahr mal eins ran hier. Warum sind die schneller als ich? Oh, schlosser. Ich hab auch nicht mehr. Abgeschlagen. Eijoh. Jetzt geht's weiter hin. Digga, wir hätten hier hochfahren können, Kai Sturm. Oie. Junge. Wo ist mit euch? Hallo, kannst du bitte aufhören? Matthias, aus. Ja, wo fahren wir denn hin? Ja, wo fährst du hin, ist die Frage. Ey, ich fahr zur Challenge. Oh, scheiße. Eijoh. 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 Wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin, Alter? Eijoh. Geradeaus. Fahr durch mich einfach hinterher irgendwie. Als wir nicht sagen, fängt der wieder gut an hier, ne? Ja, stimmt, Kai Sturm, Junge. Du hast den Red Bull nicht ausgezogen. Äh, ja. Ich kann's doch weg, wenn du willst. Echt? Der probiert mich auch jetzt nicht mehr an, Alter. Ist doch verbleibst du nicht. So, Kai Sturm, wir müssen hier hoch. Oh, scheiße. Oh, krach. Kai Sturm ist ab jetzt, mein Sohn. Ja. Das ist alles alles alles. Guck mal runter, Matthias. Guck mich nicht so, ich lache, ey. Alle überfahren. Oh, scheiße, ey. Tod, wie du mich abgedrängt hast. Kai Sturm, Junge, was mit dir? Jo, geh. Er hofft mich so zu nennen. Sorry, Kai Sturm. Mach ich nicht, mein. Mal, Alter, was? Ich hole die Seite, Alter, alle mich. In mich reinfahren, Junge. Ah, was gibt's denn euch, NS? Kannst du bitte aufhören? Kai Sturm, Digga, hör mal auf. Scheiße, ich komm hier nicht weg. Kai Sturm. Genau so hart hattest du das auch gestern gemacht. Junge, wer hat das Geld eingenommen? Ey, Chris, willst du mich nicht rollen, oder was? Hörst du mal auf, meine Playstations zu sammeln? Uiuiui. So, wo ist Hammer, der schönes? Ey, Matthias. Ich glaub, denen geht's halt so gut. Ja, jetzt müssen wir noch ein bisschen ernst werden. Matthias muss schlafen, ich schlafe. Chris? Ey, ich fahr mit. So, Jungs, jetzt alle mal hier parken. Ja, mein Gott. Matthias. Ey, Matthias. Warum schenkst du... Warum hast du dir eigentlich ein Pferd gewünscht, Junge? Was ist mit dir? Und hast du grad noch grün? Ein Pferd? Digga, und wer hat's dir dem Mitstreuer in pink gewünscht, Alter? Ich hab' ihn. Pferde, du bist selber ein Pferd. Junge, guck dir das mal an. Das hast du dir gewünscht, Heini. Kann man jetzt... Kann man jetzt weiter bei der Challenge machen? Das ist meine MF da, hallo. Scheiß! Das ist mein Metrischer hier, guck dir an, wo ich... Weiter mal. Kann ich den Fußbomst nehmen? Matthias, komm. Ladies first. Oh, Chrissy. Hopfer. Die rechte Seite von mir aus gesehen, andere Seite Chrissy. Oder... Was los Kevin wollte hier? Oh, vorbei. Justin. Oder kurz. Linke Seite Traktor. Chrissy aufs Dach stellen, genau so wie gesagt, Justin. Oha. Wo stehen Bäume? Echte? Ja, richtig. Wie viele überhaupt? Scheiß, mein Mikro. Haha, hallo. Also, Mikro. Ich frage das. Justin. Wie viele überhaupt? Was? Wie viele? Du musst du doch hier entscheiden. Ich hab das besser als zu tun. Ja, wie viele Bäume hast du vorbereitet? Gar keine. Die, die hier drum stehen. Junge, wofür... Wofür stelle ich mich in den Wald? Warte. Ja. Ja. Ich bin so... Ich bin so... Ich bin so... Ich bin so... Also... Mikro ist perfekt. Zwei... Stücken... Sehen. Ja. Ja, richtig. Also... Einmal eins mit drei Metern. Ich raste aus. Einmal eins mit 4,50 Meter. Ich raste aus. Okay. Ja. Eins mit 4,50 und das andere? Mit drei Meter. So, warte mal. Jetzt, wir müssen zwei Bäume fällen. Nein. Die junge Dame will hier vorbei. Wir müssen zwei Stück zusammen sägen. Die junge Dame sind hier vorbei. Sägen. Eins mit drei Meter. Okay. Und eins mit 4,50 Meter. Okay. Jeder. 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 Irgendwie schon, ja. Good. Wir dürfen jeden Baum hier aussuchen. Den wir wollen. Den wir wollen. Okay. 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 Junge, wir haben hier gar keine Fichte. Auf drei geht's los. Ja. Wer hat schon... Eins. Zwei. Drei. Go. Scheiße, Mann. Lacht, Lade. Ich verstehe. Junge, ich seh gar nichts durch den... Junge, jetzt erst mal. So. Oh, der fällt voll auf mich. Ich seh gar nicht, wo das Ende ist. Ich seh gar nicht, wo das Ende ist. Baume fällt. Und natürlich der Lauf verladen, ne? Oh. Junge, was ist denn das für ein Baum? Oh, der schoss der aus. Komm mal, jetzt mal. Ey, ich... Junge, ich... Ui, jetzt kommt er mit seiner weißen Hose in den Last in die Bäume. Piss ich mal, du... Italienischer Scheißkopf. Na, was los, Chris? Aber bitte, das verbiete ich mir jetzt aber. Du, hier schläft der, oder was? Der soll nicht die Weihnachtsbaum begutachten, der sollen Bäume füllen. Ey, wenn du ich jetzt nicht verpiss, haue ich dir eine. Ich seh den Anfang vom Baum noch nicht mal. Ja, doch. Du bist doch eine kleine... Erst mal Chris den Abstamm. Ja, mach nicht dran. Ja, du sollst nicht zum nächsten hin rein. Achso. Das sah so... Der Name sah so aus, als würde es bei... Ich meine, eigentlich... Was ist denn das für ein Baum? Ich kann doch nix schneien, Digga. Was ist das? Nur am Bemängeln, diese Junge, ne? Sagst du, du... Gib dich doch nicht mal jung, Alter. Du bist selber jung, was willst du von mir? Schälter, sagst du mich nicht überlebt. Das ist schon, Alter. Ey, jetzt ist er nur 2 Meter lang? Da rennt ein Reh! Wo? Was? So rennt Chris ist ja nicht... Warum? Das dann steht doch da. Ich meine, Reh, kein Schwein. Was ist das? Welche Läris, Alter? Habt ihr euch mal im Spiegel angeguckt, Junge? Ey! Ey! Ey, Alter, ich seh voll verschlafen... Junge, was willst du von mir? Ich seh voll verschlafen aus, ich hab geschlafen... Oh, Scheiße! Ich seh voll verschlafen aus, ich hab geschlafen... Ich seh auch voll verschlafen... Ich hab ein 3 Meter... Echt? Du hast ein 3 Meter... Oh ja, ein 3 Meter hab ich auch... Oh, Digga, Jungs, jetzt kannst du auf mir Actioncam... Echt, ey? Äh, Göni, nimm mal die Kettensäge mit in die Hand. Wer wills? Logik ist da. Ach, 2... 4 Meter 50, hast du gesagt? Ja, 1 mit 3 Meter, 1 mit 4 Meter... Oh, 3, 4 Meter, 5, Junge! Oh, 3, 4 Meter, 5, Junge! Man kann ich nicht in der Hand nehmen... Ja, bis jetzt... Geilfurt, oder was? Hab ich hier von Larry... Die soll ich ihn jetzt in den Scheißbaum nehmen? Oh, der Versand, der nimmt die Fahrer auf! Was ist denn der Fahrer? Das ist scheiße! Das ist ein verkackten Anleger, Junge! Das ist ein Verkackten Anleger, Junge! Das ist ein Verkackter, 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 Junge! Der Sanktel! 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 Ich will die Stützer runterlassen! Der Sanktel! Wenn das Leben ist, ehrlich sein! Scheiße, Junge! das ist ein ganzes Wien wie den Baum nicht mal richtig für den Schmutz war auch nicht zugegeben so ist auch hier erstmal für Ordnung der Gewand sind nicht im Meer wie Bischel alter ja nun soll ich noch den drei Meter Stamm irgendwie raussuchen in echt so in echt so die ganzen Zeit für die Schmutz in der Pferde und dannire ich will nur die die Scheiße hinzukriegen von euch reichen bei mir ich habe wie mache ich denn die warum ist denn alle ist jetzt umgestellt letzte letzte Mal, dass sie auf der anderen Maustaste Junge guck mal hier! 8 Meter Strang ich bin um dich genommen hab Mathias 3D Okay, jetzt am Fahrer. Ich sieg da nix, was ist das? Ich riech die Gabel nicht mehr auf. Ja, sieht gut aus. Könnt ihr mich irgendwann aufladen oder was? Ja, sie ist ein Meter vorgekommen. Die ist ein Meter vorgekommen? Ja. Das ist geil. Alter, wenn mir jetzt noch einmal das Mikro hier runterfällt, dann raste ich von da außen. Also Justin, in deinem Haus wächst ein Baum. Bruder, und in deiner Mitte wächst ein Baum. Ein Baum. Hier ist der 3 Meter Schlaf. Man kann sich auf alle verstehen, warum er das weiß, aber... Ja, weil Theresa das mir geschrieben hat. Jetzt hat sie auf jeden Fall wieder ein ganz kleines Stück aufsucht. Jetzt hab ich's. Jetzt hab ich's. Jetzt hab ich's. Ein Meter, du Vogel. Schön verladen, bitte. Schön. Nee, ich... Ja, Alter, was hast'n du denn? Acht Meter Stamm oder was? Es kostet nur 3 und 4,50. Ich krieg' dich. Ich krieg' ich den jetzt richtig auf die Gabel hier. Ey, diese Physik. Digga. Äh, äh, äh... Ich war grad nicht wie Irgendwann. So, jetzt drauf. Ach, leck' ich doch. Ähm, ja. Sag mir, wie du da was draufkriegst. Ich krieg' dir, wie du da was draufkriegst. Oh, Scheiße. Ich zeig' dir, wie ich so zu treff. Das ist halt crazy. Was machst du da eigentlich? Lädst du den Baum auf oder reparierst du den Anhänger? Er lädt den Traktor auf. Mann, ich zieg' nichts. Die scheiß Bamzemberg. Du sollst ja auch ein Baum nehmen. Was, 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 was... Ey, hallo! Was ist mein Sch... Was wirst du so blöd da jetzt gerade? Ich versuch' dir das draufzuladen. Vielleicht wolle ich euch den Radar weg haben sollen. Scheiß-Kran, Junge. Ich zieg' nichts. So, ihr liegt drauf. Direkt verzurrn die Scheiße. Sieht auch nicht aus. So laden die Leute in echt auch auf. Junge, wie der ist hier am Hang gewählt, Alter. Wir sehen TZK das. Wo ist jetzt der 4 Meter? Ich hab auch keine Ahnung, wo ich den abgeschnitten hab. Das ist der hier, ich weiß wo der ist. Das ist 4,50 Meter noch. Ich weiß. Mein ich doch auch, die 4,50. Du hast uns verliert. Krissi, mit dem Kran, ja gut. 2,50 Meter wird es gut geklappt. Da hat auch übelst wenig Zeit gekostet. Hallo, CK Christoph hat Geld der Zeit. Das ist wirklich so, Junge. Der Hund in Österreich, Junge, die haben so viel Geld, Alter. Wo ist jetzt der Scheiß-Bahn hier? Jetzt gibt es 6 Geld. Scheiße. Junge, was war ich mit der Passanten hier? Der steht die ganze Zeit hier vorne. Guck mir zu, Junge. Wo ist jetzt der Scheiß-Stamm hin? Hä? Scheiße, Mann. Ich hau den ganzen Anhänger hier oben. Ich glaub, der Stamm, den Stamm hat es weggepackt. Ich putze mit einem einzigen Stamm auf dem Anhänger. Hä? Ach komm, ey, das war es komplett, Alter. Ich hasse den Forst. Ich glaub, mein Ding ist nicht mehr da. So, ist drauf. Mann. Diese Drecks-Bahn, mein Schwer-Schock. Ja, schön, weil ich da auf der Straße. Das krieg ich in der engen Scheiße hier nicht. Chris, weißt du noch, wo wir Forst gemacht haben auf der Alpen? Boah, ich glaub. Mehr auf immer, wie das Weihnachtsfeeling schon immer mehr wird bei mir. Die Weihnachts-Ausraste. Was? Mal los nun mit der Olga. Wo ist denn das Sägewerk überhaupt? Boah, da fällt wer weg. Ja, aber nur zum Sägewerk fahren. Aber überhaupt noch nicht, weil ich muss erstmal gucken, wie lang. Warte, ich fahr mal hinterher. Ey, ich raste raus, jetzt häng ich hier unten. Ja, los, Jungs. Und über Straßen fahren, Jungs, ne? Ja, ich raste mal die Scheiße hier und nicht aufladen. Ah. Ah. Die macht das ein professioneller Forstwirt genau mit dem Kran. Aha, hat sein Leben. Matthias lebt so eigentlich noch. Ich krieg den Kran nicht hoch. 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 Scheiße, Mann, ich krieg das Ding nicht hoch. Hast du noch mehr, oder was? Nee, hello. Das sieht doch Rol nicht aus, oder? Nee, du bleib stehen. Junge, was will ich... Ich krieg den Arm nicht hoch. Ja, keine Ahnung. Vielleicht bist du grad mit dumm in den Kopf. Mach du das doch einfach, ich bezahle dich auch. Nö, ich darf dir doch nicht helfen. Dachst du mir nicht helfen, Junge. Das ist eine Challenge, du geblattst. Und? Bezahl dich dafür. Sag ich nicht drauf. Ich krieg das Ding nicht hoch, ich krieg's nicht hoch, mein Kran ist kaputt. Gönn halt, du kommst mir noch mal so in die Fresse. Mei, diese Drecksbarm sind wirklich schwer aus, Digga. Ich krieg das Ding nicht hoch. Hey, der krieg's nicht, der krieg's nicht hoch, Chris. Ja, vielleicht heilt dein Ding nicht hoch. Digga, das backt in dein Ding drin, Junge. Kannst du mal gucken, ob du das hochkriegst? Das Ding backt komplett drin. Guck mal kurz, ob du das hochkriegst. Krieg den auch nicht hoch. Ja, weil der in dem Ding drin backt. Mach. In dem Anhänger. Geh mal einer bisschen zu kurz. Äh, ja. Das ist wirklich so, bevor der noch muggelt, Junge. Gleich nimm den auch. Warum kommst du hinterher, Matthias? Oh, scheiße, sorry. Hab mein Leckern dich gefilmt. Nein. Ich würde... Ey, was eine geile Weihnachtst-Challenge. Ich hab so Bock, Digga. Es backt einfach. Ich kann ihn nicht un... Da ist ein Reh. Ein 2. Ist okay, Chris. So hätte ich's auch gemacht. Ich krieg den einfach nicht hoch. Jetzt rutscht einfach immer aus der Gorbel, Alter. Was ist denn das? Ja, ich würd halt noch ein dickeres Ding nehmen, Junge. Ja, was willst du sonst nehmen? Scheiße, nein! Der Kram. Ich seh's für Christian auch. Ja. Ja. Warum ist denn der jetzt? Scheiße. Ich muss nochmal hoch im Wald. Warum ist denn der nur 2 Meter? Scheiße. Ich streck mal raus. Viel Spaß. Also, ich weiß nicht, wer die Challenge mit seiner grausigen Baum ausgedacht hat. Scheiße. Also, Chris, du hast ja auch den kleinsten Baum ausgesucht. Ja, aber der war auch schon. Ich bin immer noch hier oben. Was ist denn mit dir, Alter? Wird nicht mein Ass genommen hier, Alter. So wie, Alter. Kapiesti, Junge. Junge. Was ist denn das hier? Riech du mal dein Mikrofon, Alter. Na, renn mal weiter. Ich schmeiß das Mikrofon gleich rüber zu dir in der Nordafrika oder wo du wohnst. Junge. Schwarzmine. Voll. Hast du losen mal an, oder? Sehr spektakulär. Was? Aus der Rückkehrwaage. Ich fahr dir die Äste gleich da runter. Ich wär eh ausgelöst. Hey, wo ist denn mein 3-Meter-Stamm hin? Häh? 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 Das sind 3,01, ne? 3,1 Ja, rund nur ab Alter, hier Matthias, lass das scheiß Ding einfach stehen Wie genau 4 Wie genau 4 Meter raus zu bekommen, ist so sch... Geht auch 3,9 3,9 Ja Du brauchst 4,5 Meter Rundst du auf 4, wow, das klingt ja voll was Also bei 1 cm Jetzt hatte ich 49, ich raste aus Jetzt 4,5 So, wo ist der Baum Hast du jetzt... hä? Warum stehen hier... Wo ist mein Traktor? Was soll das? Welcher Kek hat mein Traktor hier runtergefahren? Hä? Ich checke jetzt gar nichts Du bist so Larry, Alter Du bist so Larry Warum denn? Weil du meinen Baum und meinen Traktor hier runtergefahren hast Alter, weg Ja, ist klar Was? Ich hab immer meinen gleichen Traktor Was? Ich hab immer meinen gleichen Traktor Wo ist die schwer Lange nicht zu schießen, du kommst Du bist so ein bisschen im letzten Lange Dann mute dich wenigstens Ja So, ich hab mal gesagt Ich hab mal gesagt Wenn ich denk dran, schön Mir wurscht Mir wurscht Es gibt auch Punkte Mir egal Entschuldigung Die Punkte gibt es insgesamt Äh, weiß ich nicht Es gibt dann noch ne Challenge Falls wir müssen mindestens 2 Folgen machen Ich sehe schon wieder ein Challenge überfordert Jo Aber schöner ist auf jeden Fall schneiden Ey mein... Wer hat mein Ding hochbekommen Das ist ja mega geil Hey Matthias Was? Wie find... wer... Was findest du Wer sie bis jetzt am besten anstellt? Hä? Ist doch egal Du kannst doch trotzdem wissen Wer sie am besten aktuell anstellt Beim, äh... Bei der Challenge Ja Scheiße Ich hab deine Musik angemacht Ich hab dich so zu kämpfen Ja J worry, bleib dich mal ab, du hast auch ein Ding Du bist da los Hörst du bist da los Drenc mich nicht da los Sag ich lass mir das los Es hab dich mal ab, du hast auch nicht Ich hab dich mal ab, du hast auch ein Ding Du bist da los Sieh, du bist ja so lustig, Digga. Scheiße. Du hast den einzigen Aschen aufgeladen, Alter. Sieh, hab ich schon, du Vogel. Oh, Junge, ich seh kein... Was ist denn das denn? Fünf-Meter-Stamm oder was? Vierfuchzig. Oh, Mann, Digga. Ey, wenn du jetzt keinen Platz machst, mach Platz. Geh weg! Mach Platz, Alter! Jetzt häng ich hier... Hey, du Hund! Weil, du bist so eng. Spaß, die Krang. Ich muss hier durch, Alter. Ich hab doch noch eine vierte Kategorie. Oh, das ist meine Kategorie. Kategoriert die jetzt alle, die Freundin von Gyni, oder was? Nee. Scheiße! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Nee, ich bin bei, Chris. Na, äh, also... Ich bin bei Justin. Nee, ich bin nicht so, Chris. Ich bin nicht so, Chris. Irgendeiner hat doch mal einen Arm hochbekommen. Danke nochmal. Danke, Chris. Danke, Chris, dass du meinen Arm hochbekommen hast. Ja, Matthias ist auch weg, perfekt. Ja, der kommt gleich wieder. Jungs, ich denke, ich gebe euch einen Tipp. Schönheit vom Aufladen her. Gibt auch Punkte. Ja, da bin ich ja sowieso jetzt schon Erster. Äh, Chris? Er drückt einfach rein. Ich glaube, der ist einfach froh mir nahe, der erst drauf ist, Junge. So, ich bring sogar noch mehr Essen mit zum Sägewerk, Alter, weil ich so ein Gunjamin bin. Schlimme, nicht mehr Essen hab. Nee, ne. Du weißt was? Weißt, was ich mit dem Scheißgewicht jetzt mach? Scheißig drauf. Wir müssen das durchgleich noch abladen, dann hau ich. Ja, gut. So, ab zum Sägewerk. Wo ist das Sägewerk? Äh, ja. Gute Frage. Nächste Frage. Hier ist das Sägewerk da oben. So, also, die Challenge war auf jeden Fall eine Folge. Was? Straßefahrt, ne? Ja, ja. Äh, Chris. Oder was? Denkst du? Warum fettn wir eigentlich jetzt so langsam? Also, ich weiß warum. Oh, scheiße, das war das Falsche. Ach, die Stützen nur hoch. Nee, die Stützen bei mir mit. Ich weiß, alles gekauft. Muss ich's denn jetzt? Er macht's einfach, wenn die Stützen nicht hoch. So. Leck. Der jetzt so langsam fährt, Junge. Da sind ein paar Bäume. Er fährt ja auch. Ich geb Gas, Junge. Oha, was? Hä, lol, was ist denn mit dir passiert? Oha, oha. Darum muss ich kurz Platz machen. Warum fällt meiner so langsam? Weil du schlecht bist. Wo ist der scheiß Segelberg? Ich weiß nicht, lecker. Wer ist dich? Warum fällt meiner so langsam? Ich weiß nicht. Jetzt wird er schneller. Jetzt hat er Schwad aufgenommen, Junge. Ich sag's ja, die Pissböne, Junge. Äh, ich fahr mal vor. Ich fahr die Säure über den Haufen. Ja, er hält an, Junge. Wie scheiße der ist, Alter. Die Barsel, wo die scheiß Segelberg ist. Na, wie geht's? Boah. Ich bin durch, Junge. Kopf an Kopf rennen, Junge. Jungs fair play, ne? Ja, immer. Oh mein Gott. Und ich hab sogar noch einen Nachteil, Junge. Ich hab mehr Bäume als du drauf. Junge, du hast ja gefickt einen halben Watt mit dir. Nee, ja. Oh, Kopf an Kopf rennen. Ey, jetzt kommt der Typ und drängt mich ab. Hey, du drängst den grad ab, Junge. Was fällst du euch? Ey, von nicht den. Du hol... Der fährt. Junge, wie fährst du denn? Oh shit. Ey, nach... Okay, ja, also überholt, Junge. Formel 1 für... Ah. Wenn ich gerade jetzt groß machte, dann könntest du es sehen. Ich steh nämlich dran. Oh, Dieter. Wie kommt man denn da hoch? Einfach geradeaus. Oder nee, wir müssen links, wir müssen links. Er ist wirklich geglaubt, kurz. Ah, scheiße, Mann. Ey, was für links ist rechts. Das ist ein kleines. Einig doch. Ja, bieg doch ab. Oh, oh, oh. Oh, was ist so für einer? Oh, oh. Dummer Kek. Dummer Kek. So ein Dummer Kek. Wie so ein Kek. Wie so ein Dummer Kek. Ey, Junge, ich schüttel mein Mikro. Hey, hey. 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 Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Mach Platz genau neben dich, oder was? Also, äh. Hört, passt. Passt. Ich bin der Erster. Ja, heuchte Pappen. Nix verkaufen, Jungs. Ihr könnt schon mal gleich so die Autos springen, damit es noch für eine Nextion Challenge kommt. Aber bitte die Oberen zählen. Äh, Chris, gehen wir kurz ein... 3,5. Ich will jetzt zählen. Was sind das für Maße, Digga? Ja, ich will jetzt eigentlich nicht zählen, Justin. Ich hätte mich verarschen, oder was? Du, wenn du mit 3 Meter angezählst, hättest du hier einfach 3,2. Verschwiegen. Und 5 Meter, Junge. Du brauchst kleine 5 Meter. Hey, Steven. Ey, Steven, guck mal, Steven. Hä? Ihr zwei geht es jetzt erstmal wieder nach. Mess das mit dem Maßband, bitte. Mess das einfach mit dem Maßband. Also, sonst scheiße. Ja, machen wir gerade. Gut. Ihr zwei geht es jetzt wieder nach zur Nextion Challenge. Ihr switcht hoch. Das ist mein Auto stehen. Ah, Junge. Ich kann auch gar nicht da rumstehen. Ich gehe mal kurz in den Channel runter. Ja, auch, dass wir bewerten können. Ja, aber Chrisi Gaming. Ja. Ich würde sagen, wir fangen die neue Folge an. Ja, so, ich hoffe, es hat euch die Folge gekreut. Wenn ja, dann lasst auch gerne eine Bewertung da. Schreibt gerne eure Meinung dazu, die gute Autos. In der nächsten Challenge. Bis eh was gut. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.